ahoi liebe leute heute wollen wir mal über ein abartiges thema reden das da heißt rassismus ich äußere mich ganz bewusst eigentlich überhaupt nicht dazu und halte wo es geht die klappe und ich werde euch gleich kurz erläutern warum ich das tue ich muss natürlich jetzt reden sonst kann ich euch ja nicht erläutern warum ich es tue dieser ironie bin ich mir wohl bewusst folgendes ist mir passiert ich hatte auf dem kiez im lehmitz einen gig und in der spielpause sitze ich am tresen und neben mir ist so eine gruppe um eine keine ahnung anfang 20 jährige schwarze dame die wohl schon ordentlich einen tee hatte wie der rest der gruppe auch und das war so eine recht fröhliche stämmige person und die war dementsprechend laut hey prost und johl und mach und tu und irgendwann hat ein barnachbar der zwei plätze weiter saß sich zu ihr gewandt und sie gebeten ob sie ein bisschen leiser sein könnte weil das doch sehr stören würde und da hat sie ihn angebölkt er würde das nur zu ihr sagen weil sie schwarz sei und das war so ein moment da musste ich kurz innehalten denn da fehlt die mir das richtige wort für das ist ja eine art wollen wir es mal boomerang rassismus nennen also die die ganze szene war soweit ich das überblickt habe überhaupt nicht rassistisch sie war halt laut er fühlte sich gestört er hat sie gebeten ob sie müssen leiser sein kann punkt das wäre erstmal alles es wurde erst in dem moment rassistisch als sie die schwarze die nicht selbstverständlich ein rassismus opfer sein soll versteht mich nicht falsch ich beleuchte jetzt nur die situation wir waren in hamburg im kiez das heißt in dem land wo weiße menschen überwiegend leben wenn da rassismus ein thema ist wendet es sich natürlich dann von uns weißen in der überzahl an die schwarze in der unterzahl mehr will ich jetzt im moment nicht sagen aber wie gesagt es war für mich vollkommen klar dass das überhaupt nicht gegenstand des bar nachbarn gewesen ist der fühlte sich einfach durch die lautstärke gestört und sie hat mit dieser äußerung ihm natürlich jetzt jede chance genommen sich völlig neutral zu verhalten bzw neutral interpretiert zu werden sie hat ihm also gleich sachen reingelegt die wahrscheinlich überhaupt nicht da waren oder ich bin ganz sicher dass die nicht da waren denn sonst hätte er sich ja völlig anders geäußert rassismus ist ja gar keine keine sache einer beschreibung also es ist für mich ist ja völlig klar wenn ich jetzt in den flieger mich setze und irgendwie in den senegal fliege und raus steige dass dann die die angestellten auf dem flughafen die natürlich alle schwarz sind mich als weißbrot betiteln oder so das ist ja auch völlig okay da steckt ja nicht automatisch ein rassistischer hintergrund und eine beleidigung oder was auch immer dahinter es geht doch erstmal nur drum in einer gruppe von leuten jemanden der sich durch ein bestimmtes merkmal deutlich unterscheidet schnell identifizieren zu können für mich ist das nicht mehr ob die jetzt scheiße war die tante oder ob die cool war oder ob das wirklich angemessen war dass sie so gebölkt hat oder nicht das ist eine völlig andere geschichte und ich finde wir müssen ganz ganz vorsichtig sein wie wir mit diesem thema umgehen um es nicht einfach hoch zu pushen wo es gar nicht ist zum beispiel wäre ich auch nie jemand der sich so ein black lives matter t shirt anziehen würde und natürlich ist das überhaupt kein rassistischer hintergrund im sinne von ich mache da nichts was irgendwie mit schwarzes zu tun hat oder ich bin nicht der meinung dass black lives matter nein ganz im gegenteil ich bin der meinung dass man über sowas gar nicht reden darf das darf überhaupt nicht in den köpfen sein dass man unterschied macht und ganz ehrlich ich finde jeder der so ein t shirt trägt der gerade nach dieser geschichte die mit dem fleuter passiert ist so rum rennt ich behaupte mal der der anteil an egoismus ich trage nicht das t shirt black lives matter sondern ich trage das t shirt black lives matter guckt her ich mache es ich zeige dass ich das gut finde und dass mich das beschäftigt ich 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 habe leider ganz oft den eindruck dass viel mehr das dahinter steckt und das wird dem fleuten wirklich nicht gerecht und auch das versuche ich erst mal so zu beleuchten lasst doch diese ganze rassistische geschichte dahinter weg da war ein bullen arschloch mehr war es erstmal nicht und es war auf gar keinen fall weniger also wie gesagt ich möchte oder anders gesagt ich glaube wir sind wirklich erst an dem punkt rassismus besiegt zu haben wenn wir überhaupt nicht mehr darüber reden und zwar wenn wir deswegen nicht mehr darüber reden weil es überhaupt nicht in unseren köpfen ist und nicht weil wir es ignorieren oder totschweigen ich möchte euch in diesem zusammenhang eine ganz tolle southpark folge empfehlen das ist schon eine relativ frühe folge aus der staffel vier glaube ich flaggenkrieg heißt die da geht es genau um so ein thema und zwar ich fasse kurz zusammen für die die southpark nicht kennen die stadtflagge zeigt einen kreis von menschen die hand in hand um ein galgen herum tanzen und an den galgen baumelt halt ein typ und der typ ist schwarz und die das sind so strichmännchen also man sieht jetzt man weiß jetzt wieder ob das eine frau oder mann ist oder sind einfach strichmännchen die tanzen und das strichmännchen was da hängt ist eben schwarz und die schüler bekommen jetzt halt ein projekt und sollen selber erörtern ob die flagge so erhalten bleiben soll oder ob sie geändert werden soll also die sollen da recherchen betreiben sich eine meinung bilden und darüber einen aufsatz schreiben wie wir das aus der schule so kennen und als die kinder denn ihr ergebnis vortragen das nämlich lautet achtung ja die schlauen unter euch die wissen jetzt a in was für einer gegend ich wohne und b welchen tag wir haben und c wie spät es gerade ist das ist so samstags um 12 in deutschland die sirene ist übrigens ich kann sie hier sehen sie ist auf dem dach des nachbarhauses das sind so 30 meter und wenn ich jetzt das fenster aufmachen würde würden mir einfach nur die ohren abfallen das ding ist so derbe laut so jetzt wo ich eure aufmerksamkeit habe also das ergebnis der kinder aus southpark die flagge muss so erhalten bleiben wie sie ist und da rastet der chefkoch der herr schwarz ist komplett aus verständlicherweise und das ist so der plot dieser folge natürlich machen dann die erwachsenen ein riesenamt haben über rassismus oder ja oder nicht und warum soll die flagge so bleiben warum soll sie nicht so bleiben und am ende der folge stellt sich aber raus dass die kinder ihr argument aus einer völlig anderen perspektive bezogen haben und überhaupt nicht verstanden haben warum die eltern so ein theater machen denn in den kindern in den köpfen der kinder war dieses dieser aspekt des rassismus dass der typ der hängend schwarzes überhaupt nicht vorhanden und das klärt sich halt erst am ende der folge auf und dann finden sie für die flagge eine wie ich finde sehr sehr coole lösung und matt stone und trey parker zeigen für mich an dieser stelle sehr sehr deutlich auf wie man mit diesem thema umgehen kann und meiner meinung auch sollte also es geht nicht ums totschweigen es geht um aus den köpfen raushauen ein typ ist cool oder nicht und er ist ein arschloch oder nicht und das ist es mehr braucht man ja alle nicht zu tun also sorgt dafür dass ihr in eurer umgebung möglichst viel frieden habt peace habt wenn es stress gibt dann setzt sie nicht über das thema rassismus auseinander sondern wirklich direkt und in diesem sinne wünsche ich euch noch ein schönes wochenende habt schöne tage habt schöne zeiten genießt es und prost